www.apprende-alemann.com presenta, presentarse in alemán. Wie heißt du? Wie heißt du? Mein Name ist Matthias. Mein Name ist Matthias. Ich bin Matthias. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin 28 Jahre alt. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Venezuela. Ich komme aus Venezuela. Aus welcher Stadt kommst du? Ich bin in Havanna geboren. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich bin Schüler. Ich bin Schüler. Ich bin Student. Ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspieler. Es war schön dich kennen zu lernen. Es war schön dich kennen zu lernen. Deja un comentario. Ich bin Sisters. Ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspieler. Es war so. Ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspieler. Vielen Dank.